Hallo, hier ist André Colucelli. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dir ein Video von mir anschaust. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgebaut und zwar habe ich hier unten eine Kick-Kabasa. Die sieht so aus, die zeige ich euch mal. Das ist die hier. Die kann man mit dem Pedal anspielen. Wunderbares Teil, kann man viel mitmachen. Ist mittlerweile schön ausgereift, vor ein paar Jahren noch nicht so, aber jetzt ist es ein sehr ausgereiftes Gerät. Ich werde keine Werbung dafür machen, vielleicht später mal, aber das ist schon eine feine Sache. Man kann sie mit dem Fuß spielen, ein bisschen zurückstellen, dass man gut arbeiten kann. Habe dann hier unten meine High-Hand, ob ich mit spielen kann mit dem Fuß. Und hier habe ich den Kick und meinen Gajon und heute zum ersten Mal auch noch eine Konga dabei. Also die beiden Sachen, die Konga und dieses hier sind die zwei neuen Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt bei mir. Die Spellurin war ja schon dabei. Und ja, auf geht's. Ich würde euch gerne ein bisschen was zeigen, was man so machen kann mit dieser Gerätschaft hier. Wir fangen gleich mal an mit der Konga und zwar zuh, bis ich nach denen erzählt es würde. Die Gerätschaft liegt an einem kleinen Segen. Untertitelung. BR 2018 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 Hey, das war mal ein bisschen Urwald. Ja, schön, dass ihr wieder mal reingeschaut habt. Das geht so ein bisschen. Ihr seht, wie viele Dinge man tun kann. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf mit diesen Becaschens. Ich werde fast wahnsinnig. Aber es hört nicht auf. Und dann kommt wieder was rein. Ich mache jetzt nicht weiter. Ich lege das Ding jetzt hin und sage, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ciao. André Kulüccelli war's.